Moin! Sinusförmige Wechselströme und Wechselspannungen können wir ja als komplexe Zeiger darstellen und dann ist es unheimlich einfach mit diesen Zeigern und den komplexen Zahlen zu rechnen. Aber wie kommen wir eigentlich von so einem Zeiger zurück zu der Sinusfunktion, die er repräsentiert? Wir gucken uns mal ein Beispiel an. Wir haben hier einen Zeiger von der Spannung U. Der Zeiger hat die Länge 1 Volt und außerdem hat er den Phasenverschiebungswinkel 135 Grad. So, und jetzt wissen wir von der komplexen Rechnung, dass wir diesen Zeiger folgendermaßen darstellen können. Das ist der Betrag mal E hoch J Phi. In unserem Fall also 1 Volt mal E hoch J 135 Grad. Ja, aber wie kommen wir denn jetzt zu der Zeitfunktion? Wichtig ist jetzt zu wissen, diese 1 Volt von dem Zeiger, das ist der Effektivwert. Und die 135 Grad, das ist eben der Phasenverschiebungswinkel von unserem Sinus. Okay, also das bedeutet, als Zeitfunktion ausgedrückt, haben wir hier die Amplitude, Wurzel 2 mal 1 Volt und multipliziert mit Sinus Omega T plus die 135 Grad. Das können wir ja mal zeichnen. So, wir sehen jetzt hier in Rot unseren Sinus von der Spannung, die wir betrachten. So, quasi als Hilfslinie habe ich in blau gestrichelt auch nochmal einen Sinus eingetragen, der den Phasenverschiebungswinkel 0 Grad hat und die Amplitude 1. So, zur besseren Orientierung zeichne ich hier nochmal die Nulllinien ein. Hier ist die Nulllinie von Omega T und hier ist die Nulllinie der Spannung. Und jetzt können wir hier ablesen, dass wir hier unsere Amplitude haben. Das sind 1,41 Volt. Das entspricht gerade Wurzel 2 mal 1 Volt. Und außerdem sehen wir hier, dass unser Sinus seinen Nulldurchgang bei minus 135 Grad hat. Und das ist jetzt also in Rot die Zeitfunktion von der Spannung, die wir oben in der Ecke als Zeiger gegeben hatten. Tja, so einfach ist das. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert gerne meinen Kanal und schaut auch mal auf meiner Homepage vorbei. Da findet ihr eine ganze Menge Materialien, die euch das Studium der Elektrotechnik ziemlich vereinfachen können. Bis zum nächsten Mal.